Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Permand dran von Klasek. Wir haben hier 25 Schuss in 20 mm Kaliber. Würde ich behaupten. Ja, denke ich mal. Das sind 20 mm. Wir haben eine NIM von 200 Gramm glatt, Artikelbezeichnung, wo stand sie nochmal? Ach ja, C2520P. Bei Klasek ist das so geregelt, falls ihr es nicht wisst, es kommt immer das C oder eine andere Kennzeichnung. Dann kommt die Schussanzahl, die Millimeter und eventuell noch der Anfangsbuchstabe oder wie die Batterie heißt. Hier in dem Fall C25 Schuss, 20 mm und die Batterie heißt Permand. So, hier noch gelabert. Preislich liegen wir hier bei dieser Batterie zwischen 8 und 12 Euro, je nachdem wo ihr sie bekommt. Online im Tschechenmarkt. Andersrum, online bei Klasek Tschechien ist sie gelistet für ich glaube 11,30 Euro. Ja Freunde, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns die kleine draußen mal an. So Freunde, jetzt zum Test die Permand von Leslie. Äh, nicht von Leslie, von Klasek. Eine ist uns vorne umgekippt, mal sehen, was uns da passiert. So, dann wird es ein bisschen weiterer. schöne kleine 25 schuss batterie